Wir sind in der Spring Yard Zone Act 1. Wir sind in der Spring Yard Zone. 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 Leute, wir sind in der Spring Yard Zone. 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 Und dann nach hier springen. Und dann nach hier springen. Und dann nach hier springen. Und jetzt... blah... Okay, nochmal das dritte Level. Und ja! schutzschild und so jetzt nach hier und jetzt nach da und hier hoch scheiße ist aber nicht mein fehler ja dann gehen wir mal hier lang da den knopf drücken damit es nach oben geht hier weiter weiter und töten dann hier weiter nein nicht treffen das ist oh es geht schon wieder ist mir jetzt egal ist mir doch nicht egal die 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 was ist das was ist das was ist das was war das ist kacke los hallo hallo ich höre doch die musik es ist es ist es ist es ist immer hoffentlich gibt es nur so viele welten und drei bis fünf weil ich will nicht ich würde schütteln Ich bin der Schottstil! Nein! 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 Hallo! Hallo! Das finde ich heute nicht mehr witzig, nein? Ja! 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 Es ist nicht wahr! Ich bin beim Boss Kump gewesen! Ah, okay. Checkpoint. Ich bin beim Boss Kumpel und ich bin beim Boss Kumpel und ich bin beim Boss Kumpel.